Können wir uns unterhalten? Worüber denn? Über die Zukunft. Ich kann dich nicht zurück nach Amerika fahren lassen, ohne etwas zu sagen. Das würde ich mein Leben lang bereuen. Also, ich will nicht, dass du fährst. Bleib hier in Irland. Bei mir. Und das bedeutet, dass ich dir noch eine Frage stellen muss. Aber ich will dich auch nicht bedrängen. Deswegen hebe ich sie mir für später auf.